Hättet ihr das Wort Katzen nur nicht im Namen drin? Wieso? Es war eine Teamentscheidung, tatsächlich. Es war tatsächlich eine Teamentscheidung. Wir haben solidarisch abgestimmt. Außer Kaya. Kaya war, glaube ich, zu der Zeit doch gar nicht bereit für eine Sippe. Er wurde zugenötigt. Ah. Also stimmt meine Sippe eigentlich quasi gar nicht. Ja, also bei Kaya war es so, er hat eine Einladung bekommen, er wusste nicht, was es ist, hat es angenommen und zack war er in der Sippe drin. Dann hat er sich ein bisschen verarscht gefühlt und dann war er zufrieden. Klassiker. Ich bin schon auf dem bösesystem Niveau. Ja. Ja. Aber wir sind doch bald so weit, dass wir uns ein Gildenhaus holen können. Hast du das gleiche mal mit einer Überweisung versucht? Ne, nur nicht. Irgendwann mal. Ja. Das würde nicht funktionieren. Ah. Schön. Schön. Tja, so schnell kommt bei der Waschmaschine, wenn man nicht richtig liest. Ja. Ja. Erst kleingedrückt ist immer so schlecht für die Augen. Ah, schön. Echt schön. Ah. Juhu. Ist Hybrid noch da? Nein. Doch, bist du. Ich habe nicht gehört. Ich wollte jetzt, wenn ich jetzt nicht gehe, wollte ich dich nicht unterbrechen. Ah. Okay. Gut. Dann bin ich wieder im Chat aktiv. Alles klar. Hättest du aber auch bleiben können. Alles gut. Ich habe das ja geschrieben. Ja. Trotzdem. Alles gut. Okay. Dann bis später, beziehungsweise morgen. Bis klar. Ja. Oder bis gleich, wenn man sich liest. Ja. Ne, das definitiv. Alles klar. Okay. Okay. Oh ja, unbedingt. Dann tschüss. 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 Hol dir die Brille mit. Hol dir die Brille mit. Hilft auch. Hm. Ein was holen? Brille. Hab ich doch eine Brille. Bei Wurstbus bin ich aber auch wieder raus. Sind halt alle Aktiven gegangen. Hm. Ja, habe ich auch gemerkt. Irgendwann wurde ich dann halt auch automatisch inaktiver. Ich habe ja noch eine ganze Zeit lang danach weitergespielt. Und äh. Ja, dann hatte ich aber irgendwann allein auch keine Lust mehr. Weil dann die Leute, mit denen ich dann halt so ein bisschen geschrieben hatte und sowas gemacht hatte, waren dann halt auch nicht mehr da. Und ne. Äh. So halt Leute, die aktiver sind und die nicht so groß ist. Dass mit mehr Leuten nur eher ein Nachteil ist. Das stimmt. Das stimmt. Also wie gesagt, wir sind halt ja zu viert. Ja gut, mit mir zu fünft. Ne? Ne? Doch. Mit mir zu fünft. Und. Ich bin. War mindestens fünf bei die Woche bin ich auf jeden Fall online. Mit meinem Privatschar. In der Regel. Und dann natürlich in den Streams, wenn ich dann Lotros streame. Aber große Gilden habe ich auch festgestellt, das ist halt echt nicht so pralle. Also nachdem die Leute, mit denen ich dann halt so Kontakt hatte, dann auch rausgegangen sind, dachte ich so, ja. Gut. Ne. Ist man dann halt auch nicht mehr so aktiv. Äh. Das Junge hat Hunger, ist aber noch zu klein, um selbst auf die Jagd zu gehen. Seine Mutter kann auch nicht jagen, weil ihre Wunden noch nicht verheilt sind. Was macht man da? Das einzige Fleisch, das ich hier in der Jagdschütte habe, ist getrocknet oder geräuchert. Und diese beiden können frisches, rohes Fleisch gebrauchen. Könnte ich euch um einen weiteren Gefallen bitten? Könntet ihr ein Kaninchen erlegen, damit die beiden etwas zu fressen bekommen? Falls ihr dann keinen Jagd gelockt habt, könnt ihr auch die Fallen untersuchen, die ich im Wald östlich und westlich der Jagdschütte aufgestellt habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein fettes Kaninchen mitbringen könntet. Die arme Luchsmutter und ihr Junges sollen mir nicht hungern. Ne, das sollen sie wirklich nicht. Meine Brille nächste Woche wieder in der Woche abgeben. Das wird komisch. Oh, das glaube ich, Mappa. Das glaube ich. Ich glaube, wir darauf machen, dass ich mit der Brille darüber klarkomme, dass wir es machen lassen. Ah, ja gut. Das, das, das geht ja. Wer auch immer mir die Abos schenkt. Weil das wird den Volk. Ich glaube, meistens ist es Hybrid. Meistens ist es Hybrid. Der haut nämlich öfters mal 5 Whatsapps raus. Der ist ein bisschen verrückt. Aber hey, so, so kannst du trotzdem die Emotes genießen. Wir können einmal kurz hier die, die Fallen untersuchen. Kajos? Warte. Ja, ja. Warte. Achso. Ich bin unschuldig. Ja, ja. Ja, ja. Du wunde unschuldig. Ja, ja. Hast du, was mir gerade mal aufgefallen ist bei meinem Charakter jetzt mit dem Outfit? Hm? Kennst du die ganz, ja wahrscheinlich weniger, diese, diese alten X-Men-Comics? Äh, teilweise von meinem Vater noch. Wieso? Magneto, der sieht auch so aus. Der sieht aus wie ich bei Wisch bestellt. Nein, stimmt. Ja, oder? Stimmt. Halt nur in billig. Aber, aber, aber am fetzigsten finde ich sowieso deine Sandalen. Deine Sandalitten. Hallo, die sind bio. Die sind bio. Genau das. Genau das. Der Boing. Da ist er. Da ist er. Ich hab noch nie einen Zapf verschenkt. Nein, nein. Mit Tennis-Sock. Nee, Tennis-Sack nicht, aber wir nennen es mal Tennis-Strumpfhose. Ich wollte sagen, die Socken sieht man natürlich diese stylische, vegane Strumpfhose. Ah, vegane Strumpfhose auch noch. Okay, gut. Ja, ja. Wenn schon richtig. Oh Gott, ey. Egal, ne Strumpfhose. Also jetzt hört's auf. Was denn? Jetzt schlägt's echt 13. Ey, das ist jetzt keine Scheiß. Jaaa, nein. Nein, nein, nein. Ich mein jetzt nicht das auf Kleidung. Äh, hier. Ist eine Freundin von mir, kennst du ja, vom Namen her, Tralala. Die hatte sich jetzt die Tage immer solche Hausschuhe bestellt. Hat sie nicht drauf gehabt, bei Ebay. Da hat sie das bekommen. Sie so, warum riechen die denn so komisch? Die sind vegan. Ich meine, vielleicht kannst du's auch essen. Ich hab keine Ahnung. Ist ja der Dreck wird rückgeschickt, weil die kannst du's nicht tragen. Die haben echt, boah, ne. Komische Teile. Mmh. Komische Teile. Mmh. Yummy, yummy, yummy. I love my tummy. Wobei ich mich halt auch frage, warum ist ein Hausschuhe vegan sein? Nein. Naja, weil's Leute gibt, die nicht wollen, dass da Stoffe oder Elemente, Sachen drin sind, die halt vom Tier stammen. Jaja, nun. Manche sind ja auch gegen Schafwolle. Ach so, ne. Ja, wobei das ja nur wirklich nicht stimmt. Naja, da kommt dann die Frage, ja habt ihr das Tier gefragt, ob du die Wolle haben darfst? Nein, das Tier kann dir ja nicht antworten. So argumentieren sie dann. Ja, klar kann dir das Tier nicht antworten, aber ich glaub auch nicht, dass es im Hochsommer für die angenehm ist, wenn sie dieses fette... Das ist die andere Sache. Wie viele Fallen müssen wir kaputt machen? So lange, bis wir ein Todeskaninchen finden. Ja. Ich hab meine Stühle dran gesessen. Ach, mit deinen Strickpullis trage ich. Ja. Jaja, das sind dann die Besten. Jetzt noch eine. Da sind noch ganz viele. Ganz viele zwei. Ganz viele zwei. Ganz viele zwei. Wir sind voll fest. Was hättest du dir sagen dürfen? Ja, damit... Da ist noch einer. Da ist... Ja. Hier hoch. Was? Hier. Ach, da. Stimmt. Oh. Wirklich leer. Oh. Okay. Doch leer. Das ist noch eine. Ich hab so... Schon nicht, aber... Die letzte finden wir einen Morde und da ist es dann drin. Super. Die letzte. Beim... beim schwarzen Tor. Da ist ein... Da ist dann das Kaninchen drin. Und dann bin ich wieder zurück. Ja. Das ist okay, ne? Sauhund, dein Schlepptau. Die ganze Armee hinter uns. Moment, wir wollen doch los. Kann ich ihn abgeben? Wie viel wir jetzt kosten mussten. Mhm. Ja, schön. Wir suchen doch die Fallen, oder? Ja, ja. Wir suchen immer noch die Fallen. Okay, okay, okay. Ich dachte, wir können... Da oben ist auch noch einer. Ah, schön, ey. Wirklich... Wirklich schön. Was ist denn so schön? Ah, ich hab eins. Haha. Juhu, Wassermarsch. Ich hab... Sehr gut. Ich trinke einfach den Wein. Wasser hab ich grad nicht. Juhu, ich hab keins. Musst du das gerade machen, wenn ich trinken will? Entschuldigung. Juhu, ich hab keins. Hast du eins? Das darfst du nicht sagen. Ja, ich weiß, ich hab eins. Aber ich hab dich nachgemacht. Gut, ich hab eins. Was? Hast du eins? Jupp. Sehr schön. Nein! Warte, warte. Bleib doch mal. Bleib doch mal. Ja. Ich komm nicht auf die Mauer. Nein! Warte. Okay. Jetzt. Ist glitschig, ne? Ja, etwas. Ich weiß, was du... Oh, nein. Ey, ohne Scheiß, das sieht so seltsam aus. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich weiß... Ich weiß, wo du die, was du hast. Ich glaub, dass was ich sag auch nicht. Auf der Mauer, auf der Lauer. Ja. Nein. Auf der Mauer, auf der Lauer. Das ist ne kleine Wanze. Hör auf. Auf der Mauer, auf der Lauer. Das ist ne kleine Wanze. Ich kann nicht mehr. Mapa hat damit angefangen. Ja klar, ist denn viele andere Schuld. Das steht im Chat. Ich weiß nicht. Ich hab's nur vorgesungen. Ich stehe euch nicht. Ah, das reicht für jetzt. Aber in Zukunft können wir die Tiere nicht mehr mit der Hand füttern. Sonst verlieren sie ihren Jagdinstinkt. Ich grüße euch. Immer ich. Ja. Aber du warst es doch. Du hast das doch geschrieben. Da kann ich nichts für. Ich hab nur die Vorlage geliefert. Nun hat sich die Luxmutter zwar den Bauch mit Kanickelfleisch vorgeschlagen. Er scheint mir aber immer noch nicht richtig rund und munter zu sein. Vielleicht kann ein altes Hausrezept der Zwerge helfen. Ich habe eine Menge Met. Äh. Ich hab eine Menge Met. Brauche dazu aber noch ein paar der alten Geheimzutaten. Zufällig wachsen hier Stechdieseln. Bitte geht und sammelt für mich Dornen. Die kann ich dann stampfen und mit dem Met mischen. Ihr könnt solche Dieseln in der Wildnis nördlich der Hütte finden. Nett. Na komm, Strumpfhosenmann. Magneto. So viel Zeit muss sein. Okay. Magneto von Wusch. Ja. 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 Das feinste Polyester. Das billigste vom Billig. Hey. Vegan bitte noch. Und vegan. Bitte füge vegan hinzu. Auch noch. Und vegan. Und bio. Und zertifiziert. Und meine Güte. Du ahnst es nicht. Aus echten Buschfasern. Jo. Die Frage ist jetzt. Was für ein Busch? Im Wald. Oh. Das glaubst du. Ja. Was ist mit Weg-Aus? Ah, das gibts nicht. Okay, was ist mit deinem Kleid? Ist das denn vegan und bio? Nö. Ja. Goll. Das ist, das ist ein echtes Lebensschaf was ich hier trage. Es zappelt nicht mehr Es hat den Lebenswillen verloren Manchmal habe ich noch ein kleines Mäh Immer dann, wenn ich mich auf den Stuhl setze Mäh Es könnte auch was anderes sein Egal, so, weitermachen Du meinst so kleine Flatulenzen vielleicht Nein Eine feine Elmdame Tut sowas nicht Wo ist denn die feine Elmdame? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht Hier oben irgendwo Wo ist die feine Elmdame? Hier, hier Achso, du meinst dich? Ja Hast du alle? Ja, ich habe alle Dann hast du sie aber falsch Pst, Mapa, das wird doch keiner erfahren Ja Das ist doch das Geheimnis an der Sache Ich hoffe es warten, finde ich gut Ich warte doch hier vorne Ja, zehn Kilometer weiter Er kann ja nicht wissen, dass du so eine labe Krücke als Pferdchen hast Hab ich nicht Aber hey, dein Pferd passt perfekt zu deiner Wusch-Rüstung Ja, ich weiß Farblich abgestimmt Deswegen habe ich es mir auch so ausgesucht Ich meine, ich wusste vorher, wie es aussah, aber Er hatte vier zur Auswahl tatsächlich Echt? Dann hast du das hier genommen? Ich konnte es vorher nicht sehen Ich glaube, du hättest es vorher bei den Semmlungen angucken können Wenn du den Namen des Rosses ins Dings eingegeben hättest Dann hättest du das hier, glaube ich, angucken können Ausgezeichnet, ich werde den Trank bald fertig haben Ich wäre aber sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet Ja, ich wäre auch sehr dankbar, wenn man mir helfen könnte Hier habt ihr die Ihr Distel-Made Versucht, dass die Lux-Mutter es das trinkt Und untersucht euch selbst Untersteht euch selbst Davor, dann ein Schlöckchen zu probieren Oh Gott, ich kann doch nicht mal lesen Untersucht euch selbst Nein Untersucht euch mal selbst Vielleicht findet ihr ja was Ah, schön Schön Aber stimmt, wir müssen die Schasse eigentlich auch noch in die Gilderung reinkriegen Müssen wir? Ja, müssen wir Moin, naja Okay Aus dem Alter bin ich raus Oh, Mappa Oh Die Lux-Mutter schnuppert zunächst vorsichtig an der wohlregenden Flüssigkeit Dann legt sie den ganzen Mäd schnell auf Miau 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 Ich weiß nicht, ob das Tier wirklich gesund ist So wie es da hin und her rennt Ich weiß nicht, ob die Goldschirke gesund ist, die du gerade von dir gegeben hast Das weiß ich auch nicht Das sieht gerade so aus, als wenn Ach nee, es jagt, okay Ich wollte gerade sagen, als wenn es dahin könnte, aber Alles gut Oh Mann, ey Was für jagen und scheiße, ich bitte dich, bei dem einen sitzt, bei dem anderen retzte, das kannst du doch wohl unterscheiden Oh Mann, ey Warum weißt du, dass es anders aussieht, als wenn es sich da gerade so hinaufst? Ja, ist klar Das kann doch auch mal bei der Jagd passieren Oder glaubst du, man muss beim Jagen plötzlich nicht mal was ablassen? Hätte wirklich geschissen, hätte deinen Hasen auch gekriegt, ne? Ja Genau so Oh nein Angstschiss Genau, Angstschiss Den sollte der Jäger aber eigentlich nicht haben Aber wenn es ein recht junger Jäger ist Ja, gut, okay Seht ihr, dies demnächst Hilft euch gegen alle Krankheiten Allerdings nur, wenn ihr eine Katze seid Miau Sie scheint mich zu mögen Jedenfalls versucht sie nicht wegzurennen Ich könnte einem Jagdgefährten gebrauchen Ihr Junges hat auch einen Narren an mir gefressen Habt Dank für all eure Hilfe In einigen Jahren wird das Junge alt genug sein Um mich und seine Mutter auf der Jagd zu begleiten Dann müssten sich die Hendra wie vorsehen Oh ja, das müssten sie Ah, schön So Oh Genug Angstschiss gehabt Genau, genug Jagd Genug Bio, genug Vegans Oder die ernste Themen hier Wir? Ernst? Nein, da gehe ich nicht, nein Huch Mein Pferd wird nicht mehr weitergehen Mein Pferd hat gestreikt Das heißt, wenn es in den See läuft Ne, da hast du nur deine Pferde Siehst du Oder guck mir mal in der Clip irgendwie bleiben Oder was weiß ich da Oder ohne dass ein Kampf ist Sich einfach abwerfen Ja Und du glitschst einfach vorwärts an mir vorbei Ja, Alter, ist schon passiert Ich weiß aber nicht, was du für ein Pech mit deinen Pferden hast Ach, schön Ich weiß es nicht Scheiße, da ist Wasser Ist das nicht Schnee? Also Ja, stimmt Ja, stimmt Das ist Schnee Okay, keine Panik Wir können näher dran Stimmt, das ist Schnee Ist recht Huch Ah, jetzt Ich mag die Musik bei den Zwergen hier Habe ich jetzt so leise gestellt Dass das sie jetzt hören würde Ja, minimal Minimal Stimmt Ich könnte ein bisschen Leute ausstellen sogar Askel Bitte wartet Bitte wartet Ich habe eine Bitte Mein Bruder Gelia Goldzinger war ein großer Krieger Verdammt, sei meine verräterische Zunge Natürlich ist er noch ein großer Krieger Aber ich fürchte um sein Leben Obwohl er ein hervorragender Kämpfer ist Sucht Gelia den Frieden Selbst gegen den Rat unseres Ältesten In Thorins Halle War es ihm ein Anliegen Eine Einigung mit den Grimhands zu erzielen Daher ist er mit einem Freund Zum großen Grimhands Lager Nördlich von Gondamon gezogen Ich vermute, dass er zum westlichen Lager gegangen ist Dem größeren Er ist noch nicht von seiner Mission zurückgekehrt Bitte sucht ihn Und falls er erschlagen wurde Dann kehrt zu mir zurück Damit wir Rache an seinen Mörder nehmen können Er erkennt meinen Bruder leicht an seinem schimmernden Schild Einem Familienerbstück Ah ja, okay Warte, oben noch was? Hier oben noch einer, oder nicht? Ja, warte Ah nicht, hier oben kommt der später Du bist schon wieder zu Fuß unterwegs Ja, sicher Ich kenne den Bierschuss Und da kannst du aus einer weißen Schüssel schon mal eine Brune machen Aber ja, stimmt Ja, spritzboot Stimmt So, einmal der Stallmeister Oh, Gunderbart Gunderbart In den Nordtönen In den Nordtönen war ich schon Dauert ja nur ein paar Ewigkeiten Ach du Gunderbarn Dori Der Wind aus den Bergen geht mir das ganze Jahr über durch Mark und Bein Doch wenn die Tage kürzer werden, spüren auch die Jüngeren Wachen die Kälte Naja, was muss ich reinhalten? Mönch, Cordula ist zu 41 Was? Cordula muss auf mich warten Mappa, wir müssen mal zusammenspielen Ich möchte auch mal mit den Innis laufen Wir könnten mehr Fälle brauchen Um Decken und Kleidung für den kommenden Winter anzufertigen An umherstreifenden Wölfen mangelt es nicht Besonders in der Wildnis im Westen Ich denke, es wird euch nicht schwerfallen Einige Fälle für mich zu besorgen Wölfe sind abscheuliche Kreaturen Doch wenigstens hält ihr Fälle einen warm Das klingt so brutal Ja Ich glaube, mit dir bin ich Bisher nur eine Innis gelaufen, oder? Oder zwei Mit mir? Ja, das ist... Heißt du Mappa? Ich wusste nicht, dass du jetzt hier nochmals Entschuldigung Also, wirklich Habt ihr sich immer angesprochen hier Kommt, die Biola haben, sei ruhig, ey Weißt du, weißt du, hier Das Maul aufwischen Ne, das will ich nicht Pferdefarmt Stimmt, die Pferde haben wir gefarmt teilweise Ja, stimmt Aber rechte G-Inis wisst ihr jetzt, glaube ich, gar nicht Die Jäger, die die Wälder im Norden von Gondamon durchstreifen Haben mir erzählt, dass sie von diesen hinterhältigen Grimhand-Räubern bedroht Oder sogar angegriffen werden Falls ihr uns helfen wollt, dann könnt ihr dorthin gehen Und euch diese verräterischen Dünnbärte vornehmen Sie müssen lernen, sich nicht mit den Jägern von Gondamon anzulegen Die Grimhands haben ein kleines Lager nördlich von hier errichtet Irgendwo in den Bergen Dort werdet ihr genügend Köpfe finden, die ihr kürzt Könnt, das garantiere ich euch Das sind wir denn nicht Okay, dann habe ich wenigstens richtig Erinnerung Dann müssen wir das unbedingt nachholen Oder man will morgens aufs Klo gehen und niemand wecken Dann drückt man ab und auf einmal ertönt das Son Gondors Oh Mann, Son Gondors Alter Er wächst das ganze Dorf mit, nicht nur den Haushalt Alter Schwede Dann sind alle wach, oh ja Oh ja Ich gebe mir das gerade mal vor, ey Drückt das so einfach und wird das ganze Tor auf, ey Wo jeder fragt sich, huch Oh Mann Da braucht man keine Feuerwehrsreden mehr Nee Definitiv nicht Das sind überflüssig Da war gut Da muss man sich aber auch verlassen können Denn wenn es brennt, musst du halt das Son von Gondors machen Auch wenn du gerade nicht kannst Wird gleich das ganze Dorf evakuiert Ja, ich glaube auch Auf jeden Fall Unsere Jäger sind sehr erfahren Aber in diesem Jahr war das Jagen ganz besonders ungeselig Bei dieser Kälte und den elenden Grimhans Und jetzt habe ich nicht genügend Vorräte für den kommenden Winter Ihr könnt uns helfen und Beerenfleisch verschaffen Es gibt viele Beeren in der Wildnis Im Gundamon Insbesondere in der nördlichen Richtung Wir werden das Fleisch haltbar machen Und für den Wintermonate aufbewahren Es ist doch schon Winter Oder? Oder schneidst du immer? Wann ist es eigentlich Tag geworden? Während wir diese wichtigen Themen hatten Schätzungswahl Weiß ich nicht Vermutlich Ich stelle mir nur die Frage Nach ewigem Stundwein ist es wieder hell geworden Wahrscheinlich jetzt schon um 16, 17 Uhr Bin bald wieder dunkel Man ist es echt Man ist es nicht Man ist es nicht unbedingt drauf, glaube ich Dienste, Haus kaufen Ich habe ein Haus Ich grüße euch Würde dir mal Aber ich glaube Diesen Nee Nächsten Monat kann ich uns, glaube ich, ein Gildenhaus holen Ich glaube Mein Pferd ist Ja Was? Ja Sorry, ich wollte hier unterbrechen Sprich aus Also ich glaube Ich kann Nächsten Monat Weil da müsste die Zeit eigentlich um sein Weil man kann ja, glaube ich, erst Wenn man Rang 8 oder Rang 9 ist Kann man, glaube ich Das Haus holen Da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher Aber auf jeden Fall kann ich beiden gehen Das Haus holen Genug Geld habe ich auf jeden Fall Meine ich Okay Nun, da ihr In eurem Heim In eurem eigenen Heim leben wollt Wollt ihr es doch sicher Ein wenig wohnlich einrichten Mein guter Freund Dusi kann euch da weiterhelfen Ihr findet ihn auf dem Marktplatz In der Siedlung Rambi bietet jede Menge schöner Sachen Zum Verkauf Helmstuhl, kleiner Tisch Handläufer Eine Kommode wäre eigentlich Dann noch ganz gut Wenn man das da Aber erst mal annehmen Boom Und gundos Ich bin nochmal kurz AFK Mach das Shit, habe noch nicht geguckt Ob ich meins noch habe Uh Okay Zeit werden, wie lang Noch zum nächsten Rang Ah, okay Dann muss ich nachher Einmal kurz umloggen Dann muss ich nämlich Einmal Einmal gucken, dass ich Schaue, wann das möglich ist Dann kann ich nämlich bald aufmachen Und uns ein Gehirnhaus holen Dann haben die Die Samtpfoten endlich auch ihr Ihr Gehirnhaus Wen sie sind in einem MMO Der hier noch nicht Ne Den muss ich nachher erst reinführen Das heißt, erst füge ich Kaya hinzu Und dann füge ich den hier hinzu Weil das sind dann ja auch aktive Shards Nur meinen ganz privaten Den füge ich nicht in der Sippe Den brauche ich doch nicht Nur die zwei Stream Shards Die füge ich in die Sippe mit ein Okay Der Abgesandte Ist es wahr? Karawors Sohn wurde von den Zwergen Gefangen genommen? Wenn das wirklich wahr ist Sind das schmerzliche Nachrichten Bilbisse sind üble Kreaturen Die sich auf Verrat und Betrug verlassen Die Zwerge haben schon immer Die Kostbarkeiten der Elm begehrt Die Gefangennahme von Abartal Könnte der erste Schritt Eines Zwergenplans sein Um an Relikte zu gelangen Die wir in Duelond und Kelondim aufbewahren Ich dachte, die Zwerge hätten Ihren Neid auf uns überwunden Aber wenn das wahr ist Dann scheinen sie uns immer noch Unsere Relikte und Schmuckstücke zu missgönnen Achso, ich sollte erst mal was auswählen Wille 4 Äh Ja gut, weil ich da nichts von brauche Ich will versuchen Etwas von den Zwergen hier zu erfahren Matti Starkhand ist der Fürst von Gondamon Mit ihm habe ich schon ein offenes Wort gesprochen Vielleicht hatte er dabei etwas zu verbergen Verratet niemanden das Was wir hier erfahren haben Es sei denn, er oder sie ist ein Elb Die Zwerge werden sicher misstrauisch Wenn sie von unserem Wissen Wissenkenntnis erlangen Eines ist klar Im Norden Gondamons befindet sich ein Lager Voll seltsamer Zwerge Begebt euch dorthin und sucht Erklachen Der dort aber Tal finden wollte Und noch nicht zurückgekehrt ist Findet Erklachen und bringt In Erfahrung, ob sie zumindest die Zwerge Aus dem Tiefland gegen uns gewendet haben Nehmt euch in Acht Die Zwerge könnten euch Feindlich gesinnt sein Morgen habe ich keine Stimme mehr Wahrscheinlich nicht, nein Ich bin froh, dass wir morgen Tales spielen Wo ich nicht lesen muss, großartig Da bin ich sehr, 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 sehr dankbar für Glaub ich dir gerne Wenn Unruhe die Knochen der uralten Edain stören Dann hat sich in diesen Bergen ein Übel erhoben Das wir alle fürchten sollten Die grausamen Geister, die die Knochen der Toten stören Dienen Angmar dem Hexenkönig der Vorzeit Und dem Schatten aus dem Osten Ich muss euch bitten, dieses Übel zu suchen Und es zu bezwingen Bevor seine Dunkelheit sich weiter ausbreitet Bringt diesen Elbenstein zu Glamir Er lebt nun in den Ruinen nordöstlich von Gondamon Am südlichen Ende des Grimm-Wassers Juhu Das stimmt Also Kaya? Ja, bitte Klick mal auf das Gandalf-Symbol da In deiner Leiste Ja Auf bei den linken Punkten Ja, ist auf, ist auf Okay, dann hast du ja jetzt den Eigenschaftsbaum, ne? Ja Davon müsstest du dir mal eins aussuchen Ah Äh, warte Ich kann dir einmal kurz was schicken Oh Äh Äh Oh Gott, jetzt bin ich grad blöd da Da Und Äh Angepinnte Nachrichten Das ist für das Das ist für das Äh Ah, ne Das war's nicht Das war's auch nicht Ich hab's gleich Alles gut Hier ist es Ähm Badejäger Äh, ich schick dir kurz was Das guckst du Oder das überfliegst du einfach mal Beziehungsweise Das kreuzt ein bisschen mal weiter runter Okay Und dem Demnach entscheidest du mal Welchen der Dinger du nimmst Okay Also du kannst, äh Später, glaub ich, zwei machen Oder kannst du auch Zwei machen Checkst dir einmal im Discord Hier Hier Okay, das bist du Torf mich auch du Also ich das jetzt irgendwie Weine Ach, jetzt Ja, ich war grad irritiert von dem Chat Aber Das war ja von Von vorgestern Da war ich jetzt grad so leicht Äh, überfordert Ich Okay Stimmt, da kann ich ja mal bei mir Einmal kurz nachgucken Ohohoho Ich weiß gar nicht mehr, wie ich leveln wollte Äh Ungewahre, da ist es doch Ah, okay Das hätte ich jetzt sonst wahrscheinlich falsch gemacht Anwenden Hm? Äh, und jetzt hier einmal gucken Bin ich jetzt gerade blöd? Okay, mach ich das erstmal Ich schwanke jetzt zwischen rot und blau Äh, das Das musst du entscheiden Ja, ja, ich weiß Ich weiß Ich weiß Okay, hab mich entschieden Ja, ich weiß WB? Sag, wo schreib, wenn du dich entschieden hast. Ich. Okay. Der Kastell davon ist hier. So, wie viele Punkte habe ich jetzt? Wollte ja gucken, ob ich mir noch eventuell... Ja, ich glaube, ich kann mir was Neues davon holen. Von den Sachen, die ich da... ...haben wollte. So habe ich nur, dass ich das Richtige werde. Ja, ja, das weiß ich. Kleid habe ich. Hufschmiedrobe. Manchmal wünscht jemand, könnte sich das alles vorher so ein bisschen angucken. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.